Hallo Freunde Uli, zu uns schön, dass ihr wieder eingeschafft habt zu einer weiteren Folge Valheim hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind auf unserem Valheim Server unterwegs und natürlich wieder eiskalt in den Mistlands. Und wir haben jetzt hier so eine Grube entdeckt, ich sag mal so ein Tunnel, Höhle, wie auch immer, wie man will. Und da hoffe ich mal, dass wir das nächste Material finden und wir weiter können. Der Krulli hat uns schon ein Portal aufgebaut für die schnelle Flucht oder Wiederkehr. Den haben wir auch dabei, den Krulli. Und den Marco natürlich, den haben wir immer dabei. Okay Leute, erst nochmal was. Sprecht ein Gebet. Und dann gehen wir mal gucken, was jetzt los ist. Befeilende Mine. Ich sehe Käfer. Ich sehe dicke Käfer. Ich sehe ganz dicke Käfer. Wow, 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 wow. Was ist denn, dicker Käfer? Lessi, wir nehmen auf. Oh. Was macht ihr denn hier? Sei leise und sei artig. Chicken wing, chicken macaroni. Aus, setz, platz. Hinsetzen, artig sein. Mehr Tabletten. Was, Tabletten? Mehr Tabletten. Tabletten? Tabletten? Ja. Tabletten? Ich sage, was du nimmst, nimmst du einfach mehr. Oh. Okay, Nessi ist stumm, wir können aufnehmen. Oh nein, ich fühle mich länger ausgeruht. Das ist schlecht. Okay, und rein da. Ist das okay, fang da hier vorne, der Wichser. Alter, der hat mir natürlich, der war stark. Der hat mir Schaden gemacht. Hier. Ja. Da kommt der nächste Käfer. Ja. Die komischen Dinger könnte rufschlagen, ne? Die komischen Dinger. Diese Banken. Okay. Äh, Krulli, lass mal zusammenbleiben. Wo bist du? Da. Wow. Königliches Gelee. Das ist ja lecker. Boah, ich habe auch irgendwas aufgenommen. Was ist das? Königliches Gelee, oder? Was ist das? Ihr seht das hier, ne? Diesen Stein. Ja. Kann nicht anfassen. Kaputt machen vielleicht? Neues Material. Siegbrecherfragment. Okay. Hier ist dein komischer lila Sörtling. Hab ihn. Hast du ihn? Wir brauchen aber ein paar mehr. Mit einem kommen wir nicht weit. Und da hinten sind 10 Millionen Käfer. Kommst du zu mir? Ich habe meine Geheimtüge aufgemacht. Oh, cool. Oh, Heiltränke. Und Mäht von irgendeinem Widerstand zu Mäht. Knochen brauche ich nicht. Schwarzmetallschrott brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Schwarze Werkbank oder so. Schweiß. Ey, ich habe mein Inventar jetzt schon voll, ne? Maxi. Okay, wo lang? Da unten lang. Cody sagt, da hinten lang. Da sind diese Laternen. Und da sind noch Käfer. Da möchte ich nicht runterfallen. Marco? Ich erscheine. Ach, Siegelbrecherfragment. Ist der Zugangsschlüssel für den Boss. Ja, ist sehr gut. Wie viel brauchen wir davon? Seid ihr runter? Nein, wir sind unten. Aber wir gehen jetzt runter. Ich will nicht. Doch, du willst. Nein. Na, sie sagt was. Nein. Das ist zu beleidigen. Hier ist nichts. Kann man da drücken? Nein. Nein. Sackassi. So, dann rechts lang. Mal gucken, was da ist. Hier war's in Brücken, wo wir rüberkommen. Ja, hier ist an der Brücke. Achso, habt ihr auch da was? Hier ist nichts, ne? Sack, was machst du? Kick vom Server. Oh, oh, Markus vom Server geflogen. Dann warten wir hier kurz. Nee, ich bin da. Achso. Hier müssten wir mal rüber gucken. Holzplanken. Geh mal vor. Ja, das war mir schon klar. Nee, erst die alten vor. Geh fast. Geh fast. Wollen wir vielleicht mal den mit dem fettesten Schild vorlassen? Ja, da musst du ja, damit der mit dem fettesten Schild auch mal vorankommen. Ich glaube, wenn wir den beiden einsteigen, dann fällt hier was zusammen. Marco geht schon weg. Kann ich mich nicht vorstellen. Zecke. Zecke, zecke, zecke. Zecke. Nein. Zecke. Jeder kriegt Panik. Zecke. Zecke. Warte. Äh, Geleezeug und Zecke. Ah ja. Töte die Eier. Töte es, bevor es Eier legt. Wir graben uns runter hier, oder? Hallo, hallo. Was denn? Da liegen Eier. Ja. Da, es sind Eier. Ja, Spitzhacke. Mit der Spitzhacke? Musst du mit der Spitzhacke? Gut. War nicht sinnvoll. Hier kommen wir nicht weiter. Also, jetzt rechts. Da hinten. Wieder zurück. Und da müssen wir geradeaus weiter. Wer sich traut, fällt, überspringt. Wir können unten und wir können oben lang. Erstmal unten clean. Eiers. Ah. Tollste Tür. Hier geht's runter. Okay, da geht's runter. Bulli sagt, da geht's runter. Ich höre hier ganz viele Käfer und das gefällt mir gar nicht. Zwecken. Zwecken. Nicht, nee, 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 nee. Warte mal. Wir gucken mal mit dem Bogen. Ah. Okay. Hat doch nicht geklappt. Nein, sie saugt mich aus. Sie saugt mich aus. Sie saugt mich aus. Sie saugt mich aus. Drecksau. Zecken-Trophäe. Okay. Ich dachte, man kann da so cool durchschießen. Wisst ihr, das war so der Plan. Danke. Jupp. Draufhauen. Immer draufhauen. Kennst du Bam Bam von den Beihungsteins? Ja. Bam Bam. Da sind große Käfer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Warte mal hier. Decke. Leute. Ja. Ja, setze. Okay. Marco, tu's nicht. Marco, tu's nicht. Marco, tu's nicht. Marco, tu's nicht. Ich bin gerade fest. Ja. Lass ihn doch festhängen. Von hinten kommt auch was. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Warum rennst du vor mir? Ich will nicht leben. Das habe ich mir gedacht. Okay, ich lebe noch. Ich warte auf euch. Ich bin gleich tot. Hm. Was denn? Diese Geräusche finde ich nicht so toll. Äh, ihr kommt aber gleich, oder? Mal gucken. Achso, okay. Wieso war das Portal weg? Ja, ja, ja. Jetzt ehrlich? Ja, ja. Okay, dann komme ich zurück und repariere das Portal. Ich bin gleich. Nee, passt. Ich bin noch nicht in den Kiel verbauen, Bruder. Ich bin noch nicht mehr zurück. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Okay, hier kann man sich echt verirren, Leute, hier unten. Hier sind Zecken. Vorsichtig. Da hinten sind aber noch offene Türen. Da ist ein Riesenkäfer hinter. Siehst du die Fühler? Ja. Hm, okay. Ich glaube, wir müssen wohl doch hier rein, oder? Ich glaube, wir sind hier unten falsch, Alter. Warum? Ich glaube, wie viele Settlingkerne hast du gefunden? Einen. Okay, wir cleanen jetzt noch diesen Raum, dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, wir hätten oben lang gemusst. Da hinten war ja noch eine große Halle. Hängt der da fest, oder was? Ey, die Steine kommen runter. Der hängt dahinter fest, oder? Okay, hier ist nichts mehr. Gucken wir mal in die andere Richtung. Oder habt ihr noch was gefunden? Ja, mein Dampf ist leer. Toi. Also haben wir hier unten Käfer getötet, ohne Grund, Unsinn und Verstand. Einfach tot. Tot, 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 tot. Ich könnte das auch verkaufen, dass die Leute so nicht spielen sollten. Und sie Spaß am Spiele haben wollen. Ja. Richtig. Käfers, Zäckes, Mutzes. Hicke Käfer. Stern stoppt, oder warum ist da blau? Das ist ein Stern. Marco kommt zurück. Oh, Alter, nicht mehr ihn gegeben. Jetzt fliegt der Wichser noch hier rein. Oh. Toi, tot. Ja. Der hat richtig Power, Alter. Der hat mich durch mein Schild durchgeklatscht. Ja. Kein Problem. Ich komme zurück. Welches Portal ist denn das? Da. Du fühlst dich ausgeruht. Gemütlich, sechs. Total Mine. Was hast du? Total Mine. Er ist weg. Das sagst du immer. Und dann bin ich trotzdem tot. Trotzdem an Gründen. Ach so. Oder ausgeruhten Gründen. Oder das ist ja nicht lustiger. Ist immer gemein. Also war da hinten noch was? Oder noch mal nach. Ich hab keinen Überblick verloren. Das ist ein bisschen zu chaotisch gemacht. Hier. Können wir die Lampe abbauen? Kannst du direkt machen, ja. Komm nicht ran. Aber vielleicht sollten wir es erlassen, als, als, äh, erstmal kurz, bis wir hier durch sind. Hier oben war der Große drinne gerade. Was liegt da? Zweckentrophäe. Hier sind Eiers. Eiers! Nee, wir müssen uns nicht angewöhnen, wenn wir in so ein Labyrinth reingehen, dann gehen wir immer nach links oder immer nach rechts. Aber nicht mal so, mal so, mal hoch, mal runter. Du weißt, dass ich nicht war, wo du warst. Ach, dann kommst du so vorbei. Nee, hier ist nix. Dann könnten wir jetzt rein theoretisch gesehen wieder zurück, Marco. Und könnten oben lang gehen. Spuren, mein Ding, könnte. Rechts. Da waren wir schon, Kuli. Rechts hoch wieder. Und da vorne durch. Hier ist nämlich ne Brücke. Da unten sind ganz viele fliegende Freunde. Die fliegen auch hier hoch. Ich nehm mir mal nen Bogen. Ich glaube nicht, dass wir da runterfallen wollen, oder? Ich geh mal durch. Jo. Und hier nehmt eure Bögen. Wenn sie kommen, knallt da drauf. Und? Hinter dir ist ein Käfer in dem Ding. Einer? Sind 50 Zecken. Das Problem ist, die hier unten sind natürlich jetzt ganz Arsch, ne? Da können wir sogar runtergehen, ne? Ja, dann lass uns gucken. Gehen wir runter. Gehen wir runter. 1, 2, 3, zähl ich. Und ein Sternekäfer ist auch dabei. Ich bleib hier stehen und blockt. Schieß drauf mit dem Bogen. Gehen wir runter. Als ob die Pfeile gar nichts auswirken bei ihm. Er kommt. Weg dich, du Schwein. Warte, jetzt hab ich wieder nasse Beine. Hier ist nichts. Nichts mal abbauen und so? Gar nichts. Verarsche wahrscheinlich einfach nur. Hier oben siehst du auch nichts. Sinnlos in den Tod rein. Gefällt mir sowas. Ich glaub, wir sollten von hier schießen und die Zecken abknallen, oder? Gehen wir mal Orgisch. Oh, das soll theoretisch rechnen. Wenn du von vorne den Kopf treffst, dann mach ich die Schaden abknallen. Okay. Rechts ist noch ein großer. Links ist frei. Gehen wir erstmal links. Links ist nichts mehr. Da ist Sackers. Also doch hier rein. Wie viele von den Kernen haben wir denn schon? Einen? Ach du Scheiße. Los, Marco. Mit deiner Riesenfliegenklatsche. Hier ist nichts mehr. Halt, warte an der Tür. Wow. Scheiße, in zweier. In einer. Wolli, wo bist du? Wir brauchen dich. Vorne. Mit dem Schild. Okay. Au. Wow. Das war vielleicht doch keine gute Idee mit dem Schild vorne. Eigentlich schon, wenn du das Schild weg weghaut. Feuerfeile, boom. Okay, wir warten auf den Krulli. Aber hier ist auch nichts in dem Raum. Ein einziger Kern nur. Traurig, oder? Ja. Ich weiß nicht mal wieder ausgesehen. Ich guck mal kurz, was wir grün ins Inventar. Lübbel! Hey, Marco, du Schwein. Das war meine Idee. Ich wusste, der hat uns angelungen. Der hat zwei Kerne. Ehrlich? Ja. Sag mal, lass mal auch mal gucken, wie die aussehen. Sind die denn da? Du, ich mach ne Wetter. Die Tierrafen hier, Schwarzschmiede. Jetzt haben wir sie. Warte, jetzt guck ich gleich mal. Ich geh gleich wieder weg von Inventar. Jetzt guck ich mal mit dem Hammer, wie viele wir brauchen, um das zu bauen. Wollen wir, wollen wir Krulli mal durchsuchen? No. Ey, da musst du wahrscheinlich kotzen, was du alles neu jetzt bauen kannst. Alter, wir brauchen fünf schwarze, fünf von den schwarzen Kernen für das Ding. Wir haben gerade mal zwei. Hey, der Witzker, was kostet die Welt? Uli, hier. Oh. Kann man nur so blind sein? Nein. Jetzt haben wir nur... Alter, zwei... Gehen Sie weg von meiner Leiche? Zwei Kerne? Das ist aber echt mager, Alter. Ey, mein Name, das ist leer. Ich war nicht dran. Wie leer? Oh, Tatsache, wir haben zwei. Achso, erst die Wille machen, mein Inventar ist leer. Ah, ist doch nicht leer. Wie sieht's da aufgeräumt aus? Ja, ich hab gleich das Essen alle zusammen gesteckt. Kannst du mal bitte Maxi umbringen, weil dann nehme ich auch gleich da das Essen so ein. Alles raus. Was? Ich geh wieder. Tschüss. Nee, aber dann sind eure Inventare immer mehr. Na ja. Bin ein bisschen traurig, dass hier nur zwei Kerne waren, Alter. Na gut. Okay, Freunde, das war eine von den befallenen Minen. Mal gucken. Wir werden da wahrscheinlich noch etliche machen müssen, damit wir überhaupt irgendwas zusammengebaut kriegen hier. Wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn in Zukunft nichts mehr in Sachen Wallern bei uns verpassen wollt. Ich sage, Zecke! Ali! Hier ist der Zecke. Schönes Outro. Ja. Passt auf, dass er den Tisch nie unbedingt dauert. Ah, Gott sei Dank. Okay, Leute, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn ihr ein Foto wollt von Maxi über Nase popeln, gebt mir dann mit. Und für Nacktfotos von Marco unten Geld auf die PayPal-Nummer überweisen, bitte. Danke. Äh, großer Roter.